Wahrscheinlich kannst du einfach durchrennen. Also im Glück haben wir es nicht für das Tray geschafft. Das wäre ultra ärgerlich gewesen. Reining Goombas. Soaring Tollinfinity. Boah, der ja. Ja, da kommt man sonst nicht mehr hoch, ne? Machen wir mal abseits. So ziemlich stabilste, was es so gibt. Siemens Lufthaken. Brauche schon keine separate Aufhängung. Dann kannst du einfach einen Siemens Lufthaken nehmen, Digga. Oh, man hätte vielleicht auch zurückgehen können, ja. Oh, sieht es dann auch nochmal schön aus. Der Witz wird nie alt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt alle kennen. Spin-Jump. Kann man da so hoch? Spin-Jump wäre es gewesen. Okay, noch alles gut, glaube ich. Oder kann ich da noch hin? Schade. Okay. Das war bestimmt so intended. Das frage ich mich auch manchmal, Kölsch. Also kannst du mir gerne sagen, was du denkst, was es ist, Digga. Weil ich frage mich da auch immer. Ich frage mich mal. meinen wlan kabel bei uns sagt man siemens lufthaken auch zu personen die schlagen wollen aber nicht treffen wird bei euch so viel geschlagen der marie mann ich habe gedacht ich bin der einzige der den witz kennt die lava steigt schon mal nicht das schon mal gut wir müssen da irgendwie damit spusten glaube man wir machen das abseits vom end des leute hat eigentlich aus 145 versuchen checkpoint sehr cool holz schweißgeräte ja oder kennt ihr eine rolle kurzschlusskabel leute auch nicht flüssigkeit wir können stehen immerhin wir mal in die box und gucken uns die box einfach einer der besten mario maker spieler die ich kenne und an die kammern danke dir fürs kompliment an gedanken wir lassen mal kein like da ich glaube es gab auch nicht viele leben ich weiß nicht ob das geschäft dann gut läuft aber oh nein ich war so stolz auf mich, dass ich den Samm gesagt habe, Mann. brennholzverleih wo ich mein brennholz bin da ist auch ein kaiserblock noch. Leute, wir müssen das auch abseits vom endless machen, sonst stirbt der run. impossible jumps und dann halt hier das ist halt ultra assi gemacht halt, dass dann piranha pflanzen runter droppen und ich noch wegballern. gibt es hier die leben? hier gibt es nur noch mehr pain wir bleiben mal nicht okay also wir gehen mal nicht in den one way hier ist noch eine türe da ist noch eine pipe wir gehen mal in die pipe ja wir gehen mal in die türe rein wow digga weiß nicht ob es da oben da noch irgendwas gäbe, eigentlich sollte man das mal checken hat dem algorithmus nicht gefallen, hat er gesagt hier du digga so ein level skippst du also ich weiß nicht wie das gehen soll also ich weiß nicht wie das gehen soll die switch für was war der psa die piranha pflanzen kommen nicht okay und dann ist nur noch der jump ja okay hätte keine leben gegeben zum blick haben wir es abseits vom enden das gemacht kriegt kein like auf jeden fall 360 xbox ein buch verdient wir haben auf jeden fall genug zeit wir müssen auf jeden fall diese vorschlag brüder die ich zum ersten mal höher in dem game sieben nicht gewusst dass die vorschlagsbrüder heißen das heißt ein vorschlag brüder artikel also vorschlag brüder habe ich noch nie gehört in dem game eigentlich weiß ich noch mal da auch in die pipe reingehen können es geht um leben also ich würde sagen wir machen die auch abseits vom enden das ist so Oh! Okay. Hat aber auch kein Like verdient, oder? Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann mal. Macht's mal gut. Tschödelödel. Ciao, ciao. Tschüss, Leute.